So, der große Augenblick ist gekommen. Ich möchte Sie bitten, sich alle von Ihren Plätzen zu erheben jetzt. Sie wissen noch nicht warum, ich weiß schon. Stehen Sie mal auf. Denn jetzt kommt Ihre Durchlaucht, Prinzessin Stefanie von Monaco. Liebe Stefanie, ich bin ein verwunschener Fernsehkomiker. Bitte, bitte küss mich. Stefanie, du hast mich befreit. Wahnsinn. Ich habe extra wegen dir übrigens eine Begrüßung auf Monegassisch auswendig gelernt. Die sage ich jetzt mal. Monaco, Steffi, Casino, Cabrillo, Grimaldi. Plemplem. Plemplem heißt natürlich auf Monegassisch. Recht herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Danke Stefanie. He's so secure. He's so sure. He's so way in. He's a maker of fashion. He's a faker of fashion. I see right through all his charm. Manly move. But he's into my system. Though I try to resist him, I can't find any more. Irresistible. Irresistible. Irreversible. I can't find the temptation. Call it physical. It's illogical. Still I love the sensation. Irresistible. Irresponsible. Irregardless of reason. Irreversible. Irreversible. I know he's wrong. But he's arms feel so right. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020